Wie geht's uns denn heute? Kein Vergleich zum letzten Mal. Lassen Sie bloß den Kopf nicht hängen. Das Schlimmste liegt hinter Ihnen, sagt Dr. Reimann. Sie sind über den Berg. In zwei, drei Monaten sitzen Sie wieder in Ihr Büro in Bagdad. Wenn Sie irgendwas möchten, sagen Sie es der Schwester, die besorgt Ihnen, was Sie wollen. Ich möchte, dass es Ihnen an nichts fehlt. Gute Person. Und immer dran denken. Kopf hoch. Ja? Ist schlimmer geworden, nicht? Ja. Was sagt Dr. Reimann? Wie lange noch, glaubt er? Ja, das ist schwer zu sagen. In einer Spezialklinik hätte er mehr Chancen. Ach, das ist doch Unsinn. Nein, nein. Er ist bei Dr. Reimann in den besten Händen. Aber er will weg, sagt er. Wo man mehr für ihn tun kann. Wirst du das? Ja. Zimmer 23. Das geht die ganze Nacht so. Geben Sie ihm, was er will, alles, egal was es kostet. Er möchte ein Telefon. Ein Telefon? Warum will er denn ein Telefon? Er kennt doch niemanden. Hat er gesagt, wie nah anrufen will? Nein. Nur, dass er ein Telefon haben möchte. Also das vergessen Sie mal. Kein Telefon. Vertrösten Sie ihn. Das werden Sie ja wohl schaffen, bei den paar Tagen, die er noch hat. Das darf doch nicht wahr sein. Ein halbtoter Mann verschwindet mitten in der Nacht aus der Klinik und keiner merkt was. Wir haben nicht nur einen Patienten, um die anderen musste ich mich auch noch kümmern. Sie waren doch speziell für ihn abgestellt, oder? Nein, ich bin für die ganze Abteilung zuständig. Wir sind zu schwach besetzt. Ein Wort, wir hätten das geändert. Das hätte nicht passieren dürfen, Reimann. Vielleicht ist er noch im Haus. Nein, ich habe überall nachgesehen. Ich muss die Polizei benachrichtigen. Sind Sie bei Trost? Ja, wollen Sie einen Skandal? Ich befürchte, den haben wir schon. Er muss noch in der Nähe sein, bei dem Zustand. Kommen Sie, wir fahren die Umgebung. Was sind das für Verbrennung, oder? Verätzung. Ich bin kein Spezialist, aber ich habe bei der Bundeswehr an einem Lehrgang über Kampfstoffe teilgenommen. Der Mann ist mit Kampfstoffen in Berührung gekommen. Nasenbluten, die Eczeme. Eine zu fressene Haut, alles deutet darauf hin. Weiß man schon, wer er ist? Er hat nichts bei sich. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen ihn mal ein bisschen herrichten und dann für die Zeitung fotografieren. Wenn wir wissen, wer er ist, dann wissen wir vielleicht auch, wo er sich das zugezogen hat. Das ist der Mann, den Sie engagiert haben, um in Samara Kampfstoffe zu produzieren. Senfgas, Tabon, Saril. Wir haben in Samara eine Anlage zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln errichtet. Was unterstellen Sie mir? Ach, wirklich? Und warum denn hinter meinem Rücken, obwohl ich dafür zuständig bin? Um Sie zu entlasten, Herr Sommer. Nein. Nein, Dr. Kroll, weil Sie genau wussten, dass ich bei so einer Schweinerei nicht mitmache. Was für eine Schweinerei? Wovon reden Sie eigentlich? Ich habe sie gesehen. Mit dem Mann. Zufällig. Da war er noch gesund, jetzt ist er tot. Vermutlich durch Kampfstoffverletzungen. Und was schließen Sie daraus? Ich habe ein wenig an den Unterlagen von Jordan gewühlt. Das war keine Fabrik zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln, sondern eine zur Herstellung von Kampfstoffen. Was Sie da sagen, Herr Sommer, gefährdet die Existenz der Firma. Nein, was Sie machen, Dr. Kroll. Was wollen Sie denn? Verbrannte Erde? Bloß, weil Sie in Ihrer Eitelkeit gekränkt sind? Ich möchte in diese Sache nicht mit hineingezogen werden. Wir haben gerade festgestellt, dass Sie nichts damit zu tun haben. Damit hat die ganze Firma zu tun. Besonders das Management. Und der Aufsichtsrat, der das Projekt genehmigt hat? Wollt ihr mich für blöd verkaufen, oder was? Der Aufsichtsrat hat das Projekt genehmigt aufgrund gefälschter Unterlagen von Dr. Jordan. Aber bei der nächsten Sitzung, da haben die Herren meinen Bericht auf dem Tisch. Und dann werden wir sehen. Guten Morgen. Bitten Sie Dr. Jordan zu mir. Haben Sie sich nicht gewundert, ein Mann in diesem Zustand, mitten in der Nacht auf einer einsamen Straße? Ja, schon. Ich wollte auch erst nicht anhalten. Aber dann war ich neugierig. Ja, aber bei den Verletzungen müssen Sie sich doch Gedanken gemacht haben. Die habe ich erst gesehen, als er schon im Wagen saß. Ich habe ihn auch darauf angesprochen, aber er hat nicht reagiert. Er hat überhaupt nichts gesagt, die ganze Fahrt über. Wie war es denn mit der Bezahlung? Er hat mir einen Honig gegeben. 100 Mark? Das ist ein stolzer Fahrpreis. Hätte ich ihn ablehnen sollen? Ich bin nicht Rockefeller. Zeigen Sie uns mal, wo Sie den Mann aufgenommen haben. Bitte. Hier, auf der Kruhkoppelbrücke hat er mich angehalten. Aha. Hatten Sie den Eindruck, dass er schon länger unterwegs ist? Nee, auf keinen Fall. Zehn Minuten vorher hat es noch geregnet. Aber er war völlig trocken, als er zu mir in den Wagen kam. Alle Achtung. Sehr gut. Sie sollten bei uns anfangen. Ich werde drüber nachdenken. Vielen Dank, dass Sie gleich zu uns gekommen sind. Wenn wir noch Fragen haben, rufen wir Sie an. Ihre Telefonnummer haben wir her. Danke. Wiedersehen. Was will ein Mann in diesem Zustand nachts? Hier im Pressehaus. Der Mann war todkrank. Der muss aus einem Krankenhaus gekommen sein. Wie weit kann so einer in etwa zehn Minuten laufen? Was meinst du? Nicht weit. Peter Sommer weiß gar nichts. Das sind Vermutungen. Keine Beweise. Er blöft. Blöft. Denn O'Connor hat er sofort erkannt. Ich war gleich dagegen, den Ihren dahin zu schicken. Wenn O'Connor die Anlage nicht elogiert hätte, stünden wir jetzt ganz oben auf der schwarzen Liste. Herr Dr. Jordan. Wahrscheinlich hast du recht. Und was machen wir jetzt mit Peter Sommer? Er darf auf keinen Fall den Aufsichtsrat verrückt machen. Er darf fast gar nicht an der Sitzung teilnehmen. Wie willst du das verhindern? Das lassen wir ruhig in meiner Sorge sein. Tut mir leid. Ich würde Ihnen gerne helfen. Aber danke. Den Mann habe ich nicht gesehen. Naja, vielleicht war ein Patient bei einem Ihrer Kollegen. Herr, äh... Bayer. Herr Bayer. Ich bin hier Chefarzt. Dreimal in der Woche mache ich Chefvisite. An den Toten würde ich mich bestimmter erinnern. Naja, im richtigen Leben hat er natürlich anders ausgesehen. Wir haben ihn so gut es ging wieder herrichten lassen. Aber so ganz gelingt einem das ja nie. Das ist mir klar. War er denn sofort tot? Ich meine, konnten Sie ihn gar nicht mehr befragen? Tja, leider. Sonst wären wir ja jetzt nicht hier, ne? Entschuldigung. Ich bin fertig. Ja, ich auch. Vielen Dank, Dr. Reiner. Wofür? Ich war Ihnen ja nicht gerade eine Hilfe. Noch einmal. Tut mir leid. Wiedersehen. 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 Ich habe überall nachgefragt. Den kennt niemand. Ja, Dr. Reimann kannte ihn auch nicht. Aber der wusste das schon, bevor er das überhaupt gesehen hat, das Foto. Ist er sicher? Ziemlich, ja. Steinhausen, Steinhausen. Sagt ihr den Namen nichts? Ne. Das sind doch die, die dieses Mückenspray herstellen. Eine Chemiefirma. Klar, Chemie klingelt's. Ach, Herr Träuben. Kommen Sie mal. Ich wollte Ihnen nur sagen, der Aufsichtsrat wird Sie wahrscheinlich als Abteilungsleiter nicht bestätigen. Nein? Wieso? Sie haben da gesagt, das kommt durch, ohne Schwierigkeit. Da kannte ich noch nicht die Beurteilung von Herrn Sommer. Was für eine Beurteilung. Roll ist auch sauer. Bitte? Wieso? Es geht immer noch um die Bestechungsaffäre. Sommer nimmt Ihnen übel, dass Sie sich damals für ihn ausgesagt haben. Und Roll glaubt, dass Sie aus falscher Loyalität Sommer gedeckt haben. Wäre besser gewesen, die Wahrheit zu sagen. Das habe ich doch gemacht. Sie haben nicht gesagt, dass Sie gesehen haben, wie Sommer das Geld von den Arabern genommen haben. Aber Herr Doktor, ich kann da nicht. Oh, doch. Sie können. Schon weitergekommen? Er hat nicht der Rede werden. Wir warten auf den Bericht des Pathologen. Ich komme gerade von Ihnen. Er hat mich zusehen lassen. Überlegern ist, meine Vermutung war richtig. War Kampfstoff, ne? Wahrscheinlich ist der Tote kein Deutscher. Worauf schließen Sie das? Auf dem rechten Oberarm hat er eine Tätowierung. Ein Schwert mit der Aufschrift, Never Forget Easter 1916. In Englander? Was ist in Ostern 1916 passiert? Ich weiß es. Aber es fällt mir ums Verrecken nicht ein. Na, das kann man doch nachschlagen. Ja, dann mach das mal. Ich frage ihn zwischen in London und beim Konsulat. Was bezwecken Sie damit? Die Sache ist abgeschlossen. Die Araber haben das Geld wieder eingesteckt und der Fall war erledigt. Bewiesen ist gar nichts. Es steht immer noch Aussage gegen Aussage. Lassen Sie mich damit zufrieden. Für mich ist die Sache gelaufen. Für uns noch nicht. Gerade wo sich jetzt ein Zeuge entschlossen hat, auszusagen. Ein Zeuge? Kann ich den mal sehen? Ja, das werden Sie. Bei der Aufsichtsratssitzung. Das Imperium schlägt zurück, was? Was haben Sie erwartet? Dass wir seelenruhig zusehen, wie Sie die Firma kaputt machen? Streichen Sie Ihren Tagesordnungspunkt und dann canceln wir unseren. Jordan. Sie schüchtern mich nicht ein. Das schaffen Sie nicht. Ich möchte nur, dass Sie klug sind. Ich bin aber nicht klug. Entschuldigen Sie, dass ich störe. Aber Herr Böhmer von Wilmer & Coaster. Bin schon auf dem Weg. Wir waren ja sowieso fertig, glaube ich, ne? Ich glaube nicht. Ach übrigens, Ihre Frau hat angerufen. Sie möchten zurückrufen, ja? Fehlanzeige. Kein Fingerabdruck, kein Bild in keiner Kartei. In London, völlig unbekannt. Hier. Das wundert mich nicht. Ich habe nachgeschlagen. 1916 war der Osteraufstand in Dublin. Also in Ihre. In England wird sich sowas kaum auf dem Abendtettel wundern. Pepe, alles, was wir nach London geschickt haben, nach Dublin. Komm. Kommst du mit? Nein, ich warte hier lieber auf eine Antwort. Mann, das kann aber dauern. Nicht, wenn ich jede Stunde nachfrage. Ich falle Ihnen so lange auf den Wecker, bis die froh sind, mir loszuwerden. Du sorgst dafür, dass der Alte das erfährt. So etwas ist ungeheuer karrierefördernd. Du gehst noch weg. Seit wann interessiert dich das? Seit wir beschlossen haben, einen neuen Anfang zu machen. Wie? Davon kann ja wohl keine Rede sein. Warum denkst du nicht mehr über meinen Vorschlag nach? Das habe ich. So leicht wirst du mich nicht los. Dein Vorschlag ist absurd. Der ist nicht absurder als deine finanziellen Vorstellungen. Dann bleiben wir zusammen. Patrick, pass mal auf. Du bist eine schöne Frau. Immer noch. Aber dein Charakter wird von Jahr zu Jahr unerträglicher. Du willst mich provozieren, aber das gelingt dir nicht. Du, überhaupt nicht. Ich will nur ein bisschen Ruhe, ein bisschen Frieden. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Ich will auch nur Frieden. Na, fein. Und ob du es glaubst oder nicht. Ich liebe dich immer noch. Entschuldige, ich glaube, du bist betrunken. Tschüss. Bleib nicht so lange weg. Genau. Genau. Du Gottverdammtes Arschloch! Na bitte, wer sagt's denn? Patrick O'Connor, geboren am 4.7.49 in Bray, Dublin. Tätowierung auf dem rechten Arm. Dolch in Never Forget Easter 1916. Sympathisante IAA. Na, Volltreffer. Mitten in Schwarze. Ja, so schnell haben die ja noch nie reagiert. Ja, aber was O'Connor in Hamburg gemacht hat, haben sie nicht geschrieben. Frag noch mal nach. Noch mal, wir glauben ja, wir sind nicht ganz dicht. Doch, das macht doch nichts. Können auch glauben, was sie wollen. Hauptsache, sie antworten. Und das schnell. Nichts Neues, O'Stabling. Mein Gott, wie lange brauchen die denn, um ein paar Fragen zu stellen? O'Connor kann ja nicht vom Himmel gefallen sein. Bestimmt hat er doch eine Familie, eine Freundin und einen Freund. Also, ich finde, wir kommen auch ohne die O'Stabling ganz schön zurecht. Wir wissen doch schon eine ganze Menge. Der Mann war Chemiker, hatte Kampfstoffverletzungen, ist in der Nähe der Steinhausen-Klinik ins Taxi gestiegen. Steinhausen ist eine Chemiefirma. Das tut alles wunderbar zusammen. Bis auf die Tatsache, dass ihn niemand im Krankenhaus gesehen hat und keine deutsche Chemiefirma Kampfstoffe herstellen kann. Das ist unmöglich. Also, hier wird das Zeug sicher nicht produziert. Aber vielleicht im Ausland. Nahen Osten zum Beispiel. Und wie kommt der Mist denn hierher? Das ist doch ganz einfach geschmuggelt. Wie dieses Plutonium-Zeug. Das liest du ja in der Zeit um jeden Tag. Aber wer will denn hier Kampfstoffe kaufen? Ich meine, wenn es hier produziert würde und dann in den Nahen Osten expandiert. Aber so gibt es doch keinen Sitten. Faktum hat beim Bundesgrenzschutz, beim Zoll und beim Arbeitsamt nach, ob ein Patrick O'Connor in Erscheinung getreten ist und klappert die Fluglinien. Nehmt aber auf alle Fälle ein Bild von ihm mit, falls er einen falschen Namen benutzt hat. Das heißt, wir gehen jetzt zur Firma Steinhausen? Ja, natürlich. Wir fragen ganz höflich nach, ob bei Ihnen Kampfstoffe produziert werden. Wenn wir offen reden, sind die auch ehrlich zu uns. Aber natürlich produzieren wir Kampfstoffe, werden Sie sagen. Wie viel darf es denn sein? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich Sie endlich sehe. Seit gestern sitze ich wie auf Kohlen. Ich hatte um eine schnelle Unterredung. Seien Sie nicht so hysterisch. Wir haben noch telefoniert, das ist alles gesagt. Ich glaube, Sie verkennen mein Problem. O'Connor war mein Patient. Ich fühle mich für seinen Tod verantwortlich. Schließlich habe ich einen 2000 Jahre alten Eid geschworen. Machen Sie sich nicht lächerlich. Sie waren bis jetzt nicht so zimperlich. Warum plötzlich diese späten Skrupel? Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Eben nicht. Die Kripo ermittelt. Ich bin sehr überrascht, wie wenig belastbar Sie sind. Sie haben doch selbst gesagt, dass die Schnüffler nichts herausbekommen haben. Aber Sie werden wiederkommen. Machen Sie alles so, wie ich gesagt habe. Die einzigen, die O'Connor gesehen haben, sind die beiden Schwestern. Beurlauben Sie die. Das habe ich schon. Zahlen Sie in vier Wochen in der Karibik oder sonst wo. Nur weit weg muss es sein. Vor allen Dingen haben Sie viel Geld von mir bekommen. Ich habe Sie zum Chefarzt berufen. Trotz Ihres tödlichen Kunstfehlers. Sie sollten das nicht vergessen und dafür sorgen, dass es so bleibt, Dr. Reimann. Aber das versuche ich ja. Na umso besser. Sie können nicht mehr zurück. Also machen Sie keinen weiteren Fehler. Und fallen Sie nicht gleich in Panik. Seien Sie ein bisschen kaltblütig, wie es Ihrer Bezahlung entspricht. Also, ich rufe Sie an, wenn was ist. Aber nicht in der Firma. Mein Gott, kein Mensch weiß, dass der tote O'Connor ist. Woher er kommt, für wen er gearbeitet hat? Die Polizei hat keine Spur. Und wenn wir keinen Fehler machen, läuft die ganze Sache an uns vorbei. Nehmen Sie sich also zusammen. Schließlich lohnt es sich doch. Besonders für Sie. Ich bin von Sommer enttäuscht. Erst verspricht er mir der Abteilungsleiter und dann macht er mich madig. Ich habe alles durchgewühlt. Die letzten sechs Monate. Aber so ein Schreiben habe ich nicht gefunden. Vielleicht ist das in seiner Privatpost. Jordan spinnt. Der will dich benutzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann er sich doch nicht alles aus den Fingern gesogen haben. Warum nicht? Wenn er damit Sommer abschießen kann, ist dem jedes Mittel recht. Ich gehe zu Jordan und sage, dass ich die Aktennotiz nicht schreibe. Lass dir doch die Beurteilung von Sommer zeigen. Ich will den doch nicht noch gegen mich aufheizen. Wenn der hört, dass ich das nicht schreibe, dann ist er sowieso sauer. Was ich jetzt auch mache, das ist alles falsch. Aber nicht für dich. Ich habe immer geahnt, Dr. Kroll, dass Sie keine Skrupel haben. Aber dass Sie so weit gehen, das habe ich nicht mal bei meinem ausgeprägten Pessimismus erwartet. Wenn es um die Firma geht, darf ich keine Skrupel haben. Das hier ist Notwehr und Sie zwingen mich dazu. Ich glaube, Sie verwechseln da etwas. Es geht um die Firma. Aber weil Sie gegen das Gesetz verstoßen haben, Dr. Kroll. Kein Mensch wird Sie in diese Sache mit hineinziehen. Sie ist aber in meinem Bereich passiert. Und man wird mich verantwortlich machen, wenn ich den Mund halte. Halten Sie den Mund. Ich will aber nicht den Mund halten. Aus Überzeugung und aus Angst vor den Folgen. Dass Sie der Firma gewaltig schaden, das ist Ihnen doch klar. Tja, das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Ich musste Arbeitsplätze erhalten. Ein zu hoher Preis? Sie haben gut reden, Sie Pharisäer. Spielen sich hier als Richter auf, auf Kosten der Leute, die hier ihr Brot verdienen. Aber ich lasse es nicht zu, dass Sie 30.000 Menschen brotlos machen. Sehen Sie sich die Fotos noch mal gut an und überlegen Sie, ob es nicht für Sie besser wäre, wenn die in meiner Schublade bleiben. Dr. Kroll, Sie können mich nicht erpressen. Weder mit diesen Fotos noch mit irgendwelchen anderen Dingen, die Sie sich ausdenken. Morgen früh liegt mein Bericht auf dem Tisch des Aufsichtsrates. Und dann werden wir weitersehen. Dann sind Sie ein toter Mann in dieser Branche. Überlegen Sie es sich noch mal. Denken Sie an sich selbst. Lassen Sie die Finger von dieser Sache. Warum geht es denn? Um einen Angestellten der Steinhausenwerke. Genau gesagt um den Chemiker Patrick O'Connor. Ein Ihren. Und der arbeitet bei uns. Hat gearbeitet. Jetzt sieht er so aus. Nie gesehen, da müssen Sie sich irren. Der war nicht bei uns angestellt. Können Sie das so ohne weiteres sagen? Bei 30.000 Angestellten? Als stellvertretender Generaldirektor können Sie doch unmöglich alle kennen. Der Mann auf dem Bild ist tot. Es war also ein Unfall oder ein Verbrechen. Wenn diese Ihre bei uns gearbeitet hätte, wäre ich in diesem Falle sofort von der Personalabteilung benachrichtigt worden. Da dies nicht geschehen ist, kann ich verbindlich sagen, dass dieser Mann kein Angestellter der Steinhausenwerke war. Wollen Sie nicht doch lieber bei Ihrem Personalchef nachfragen? Wie Sie meinen. Herr... Bitte. Würden Sie bitte Herrn Löscher anrufen und ihm sagen, er möchte bitte zu uns kommen, ja? Sofort. Und er soll die Liste der Angestellten mitbringen? Ja. Danke. Dr. Jordan ist nicht da. Wann kommt er? Haben Sie einen Termin? Ich habe ihm etwas Wichtiges mitzuteilen. Er wartet darauf. Ich weiß nicht, ob er heute noch mal reinkommt. Ich weiß nur so viel, dass er um sechs einen Termin mit dem Chef hat. Außer Haus. Ich warte. Werden Sie nichts dagegen haben? Nein. Wenn er hier nicht drin ist, dann hat er nie bei Steinhausen gearbeitet. Hier sind sogar die Leichen drin. Die Leute, die entlassen wurden oder in Pension sind. Alle. Aber bitte, sind Sie selber mal. Sag mal, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass dieser Mann für Steinhausen gearbeitet hat? Weil er todkrank, mitten in der Nacht in der Nähe der Steinhausen-Klinik ein Taxi angehalten hat. Warum fragen Sie es nicht in der Klinik, ne? Das haben wir ja. Aber angeblich kennt man ihn dort nicht. Dann wird das schon stimmen. Kann er auch privat gewohnt haben. Aber nicht mit den Verletzungen, die er hatte. Das ist höchst unwahrscheinlich. Das geht mich ja auch nicht sein. Ich glaube, ich habe Ihnen alle Fragen beantwortet. Darf ich mich hier zurückziehen in die Arbeit? Warte. Bitte, bitte. Hier steht er nicht drin. Das wüsste ich. Natürlich nicht. Ja, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tut mir leid, dass wir zur Lösung Ihres Falls nichts beitragen konnten. Och, das wollte ich nicht sagen. Wir sind schon wieder ein Stück weiter gekommen. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Sommer mit seiner Beurteilung nicht vielleicht doch recht hatte. Mit Bestimmtheit kann ich nicht behaupten, dass ich Herrn Sommer zusammen mit den Arabern gesehen habe. Ach, auf einmal. Sie haben es mir doch gestern sehr plastisch geschildert. Ja, als Sie mit mir darüber sprachen, war ich auch davon überzeugt. Ich kann Ihnen sagen, warum Sie plötzlich nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. Sie sind ein Feigling. Sie möchten niemanden Schwierigkeiten machen. Herr Sommer hat da weniger Hemmungen. Es ist nur... So langsam weiß ich nicht, ob ich mir das alles nur eingebildet habe. Bleiben Sie bei dem, was Sie mir gestern gesagt haben. Sie können ja nicht heute dies und morgen das erzählen. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch keine Empfehlung für einen zukünftigen Abteilungsleiter. Darin stimmen wir ja wohl überein. Ja, selbstverständlich, Herr Dr. Joran. Also, schreiben Sie Ihre Aktnotiz. Morgen früh, zwei Stunden vor der Sitzung, möchte Sie hier auf einem Tisch haben. Jawohl. Vielleicht haben Sie ja Glück und Sommer fährt heute Nacht gegen einen Baum. Bitte? Das war ein Scherz. Na? Zeugen, Bundesgrenzschutz, Arbeitsamt, verschiedene Fluglinien, alles negativ. Er flimmert es jetzt noch vorne auf. Also, so finden wir den nie. Ich meine, der kann doch auch mit dem Zug oder mit dem Auto nach Hamburg gekommen sein, oder was weiß ich. Als EG-Bürger, da hat er ja auch offene Grenzen. Wenn er wirklich mit Kampfstoffen gearbeitet, ist er auch nirgendwo gemeldet. Freut ihr bei Steinhausen? Ja, da kennen Sie ihn aber auch nicht. Angeblich. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Die waren zu sehr bemüht, uns davon zu überzeugen. In den Mitarbeiterlisten stand er jedenfalls nicht drin. Würdest du vielleicht jemanden, den du illegal beschäftigen willst, über die Personalabteilung engagieren? Bestimmt nicht. Das gleiche Gefühl hatte ich in der Klinik. Dieser Dr. Reimann, der hat schon mit dem Kopf geschüttelt, bevor ich überhaupt gefragt habe. Sag mal. Eine Firma wie Steinhausen hat doch sicher ihren eigenen Jet. Clever, Kalle. Dem sollten wir mal nachgehen. Das wäre doch was für euch. Gleich morgen früh. Okay, machen wir. Und dann knöpfe uns nochmal die Klinik vor. Schöller hier. Wir sind noch hier. Wir arbeiten noch. Was gibt's denn? Wann? Nein, nein, das ist völlig richtig. Danke. Der Alarmdeals hat bei dir und bei mir zu Hause angerufen. Warum denn? Peter Sommer ist ermordet worden. Sommer? Wer ist denn Sommer? Ein Direktor der Steinhausenwerke. Nein, du kommst schon. Was kann denn Herr Sommer hier so spät noch gemacht haben? Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Bei Herrn Sommer hat das Licht oft bis nach Mitternacht gebrannt. Haben Sie was von dem Aufprall gehört? Nein, hab ich nicht. Erst bei meinem Kontrollgang hab ich's bemerkt. So um eins. Plötzlich sehe ich den Sommer da liegen. Mann, hab ich ihn schreckgekriegt. Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte. Was haben Sie denn gemacht? Hat die Polizei gerufen, was sonst? Und Dr. Kroll, den Chef. War gar nicht so einfach. Ach, wieso? Er zuerst hat sich bei ihm niemand gemeldet. Erst kurz bevor Sie kamen, hat's geklappt. In welchen Intervallen kontrollieren Sie? Was? In welchen Abständen Sie hier die Garage überprüfen? Alle zwei Stunden. Der Mann war sofort tot, so ging Mitternacht, meint der Arzt. Also genau zwischen zwei Kontrollgängen. Das Tatverzeug hat die gleichen Anfangsbuchstaben wie die anderen Wagen hier, SW. Natürlich, weil er zum Fuhrpark der Firma gehört, SW Steinhausenwerke. Hat jeder der Angestellten einen eigenen Firmenwagen? Nur die Chefs, die vom Außendienst müssen die nehmen, die frei sind. Woher kriegen die denn die Schlüssel? Beim Förtner. Aber einige haben Schlüssel, die für alle Autos passen. Lass dir meine Liste von den Leuten zeigen, die einen Universalschlüssel besitzen. Solche Listen gibt's doch, oder? Ja, ja, die gibt's. Okay, komm. Darf ich mal bekannt machen, das ist mein Kollege Schöller. Frau Schömer, es tut mir sehr leid, dass wir Sie aus diesem schrecklichen Anlass hierher bitten mussten. Ich möchte meinen Mann Sie... Davon würde ich abraten. Behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie er war. Wer kann so etwas tun? Hat er lange leiden müssen? Nein, nein, das ging ganz schnell. Er war sofort tot. Sie wissen nicht, was das für mich bedeutet. Was mache ich jetzt? Was mache ich ohne meinen Mann? Frau Sommer, das ist Ihnen natürlich jetzt kein Trost, aber wir werden wirklich alles Menschenmögliche machen, um den oder die Täter zu fassen. Tun Sie das? Frau Sommer, wir haben in dem Wagen Ihres Mannes einen Koffer mit Übernachtungsutensilien gefunden. Wollte er wegfahren? Nein. Er hat manchmal in der Firma übernachtet, wenn es spät wurde. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Gestern früh, als er in die Firma fuhr. Er hat mich dann am Nachmittag noch einmal angerufen. Weswegen? Er sagte, dass er spät kommt und dass er einer Schweinerei auf der Spur sei. Was für eine Schweinerei? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er an einem Bericht gearbeitet hat, den er dem Aufsichtsrat vorlegen wollte. Frau Sommer, wollen Sie damit andeuten, dass durch seine Ermordung die Präsentation dieses Berichts verhindert werden sollte? Ich kann Ihnen nur sagen, was ich von meinem Mann weiß. Sie haben sich doch sicher Gedanken gemacht, jetzt wo ihr Mann ermordet wurde. Wer meinen Sie, wenn Sie das getan haben? Die da. Denen traue ich alles zu. Das sind ja ganz schön viele, die Schlüssel zu den Wagen haben. Na ja, die Direktoren, die Abteilungsleiter und Resortschefs. Und die Hälfte vom Außendienst. Dann brauchen wir eine Ewigkeit, bis wir die alle überprüft haben. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Die meisten von Ihnen sind auf Tour. Kann ich das mal mitnehmen? Also das kann ich nicht entscheiden. Ja, aber ich... Was fragen Sie mich? Gehen Sie zu Frau Sommer. Ich weiß von keiner Schweinerei. Was könnte Herr Sommer denn damit gemeint haben? Das weiß ich nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Nicht im Geringsten. Sollte es aber. Nach Aussage von Frau Sommer wollte Ihr Mann eine, wie er wörtlich gesagt hat, eine Schweinerei aufdecken. Bevor er jedoch seinen Bericht im Aufsichtsrat zur Kenntnis vorliegen kann, wird er ermordet. Mit einem firmeneigenen Wagen. Sie müssen doch zugeben, dass hier ein handfestes Motiv für den Mord an Herrn Sommer vorliegt, oder? Ich bin kein Kriminalist. Ich erkenne nur eine Spekulation. Das sehen wir anders. Deswegen frage ich Sie jetzt ganz konkret, wo waren Sie heute Nacht zwischen 23 und 1 Uhr? Das ist ja wohl ein übler Scherz, den Sie sich mit mir erlauben. Reine Routinefrage. Zu Hause. Das kann nicht stimmen. Der Wachmann hat sehr oft versucht, Sie zu erreichen. Ja, in der Stadtwohnung. Ich war aber in Buchholz. Mit Dr. Jordan. Wir wollten die Marschroute für die Aufsichtsratssitzung festlegen. Sommer hat Gespenster gesehen. Überall hat er Unrat gewittert. Und trotzdem haben Sie den Leitenden der Stellung beschäftigt? Warum denn nicht? Für die Firma war er außerordentlich effektiv. Den Jahresgewinn seiner Abteilung hat keine andere erreicht. Das war die zweite Seite von ihm. Na endlich. Die Herren warten schon. Sie haben ein paar sehr wichtige Fragen. Nur eine einzige. Wo waren Sie heute Nacht zwischen 23 und 1 Uhr? Haben Sie mich eben gefragt, wo ich heute Nacht gewesen bin? Genau das möchten wir gerne wissen. Also, ich muss schon sagen, das ist grotesk. Ich war bei Dr. Kroll. Es gab noch einiges für die Aufsichtsratssitzung zu klären. Zufrieden, meine Herren? Damit dürfte diese unappetitliche Angelegenheit wohl vorm Tisch sein. Also, wenn du mich fragst, dann war dieser Ihre, die, wie heißt er? Bukonna. Ja, diese Ihre, das war die Sauerei, die Sommer aufgedeckt hat. Damit er nicht redet, haben sie ihn umgedeckt. Wer Sie? Kroll und Jorra. Die haben noch ein Alibi. Das erst noch überprüft werden muss. Außerdem kannst du dir für solche Arbeit Leute kaufen. Profis. Dann nehmen die einen Firmwand, ihre Auftraggeber, das müssen aber ganz schön bescheuerte Profis gewesen sein. Trotzdem, ich habe das Gefühl, dass die beiden Kroll und Jorra mit der Sache das zugegangen sind. Bezeihen Sie, dass ich hier auf Sie gewartet habe, aber ich wollte Ihnen das Schreiben nicht in der Firma geben. Präzise formuliert. Haben Sie gut gemacht. Warum machen Sie das? Stimmt was nicht? Sommer ist tot. Was? Er ist zwar nicht mit dem Auto gegen den Baum gefahren, sondern das Auto gegen ihn, was er beschließlich immer gibt, dass es selten ist. Auf jeden Fall eine glückliche Lösung unseres Problems. Wie ist denn das passiert? Das werden Sie in allen Einzelheiten in der Firma erfahren. Jeder Sekretärin wird Ihnen das genussvoll erzählen. Wir sehen uns dann später. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo wir noch suchen können. Hat er denn nie mit Ihnen darüber gesprochen, dass er an so einem Bericht arbeitet? Nicht mal angedeutet. Sind Sie sicher, dass der hier im Büro ist? Ja. Ja, der steckt hier irgendwo. Jedenfalls hat er das gestern Nachmittag zu seiner Frau gesagt. Verstehe ich nicht. Sonst hat er mit mir über alle dienstlichen Angelegenheiten gesprochen. Er wollte, dass ich informiert bin. Ach. Auch über so heikle Dinge haben Sie miteinander gesprochen? Über alles. Er hatte von mir keine Geheimnisse. Das hört sich ja ganz so an, als seien Sie immer bestens mit ihm ausgekommen. Ja. Obwohl er so schwierig war? Herr Sommer war überhaupt nicht schwierig. Huch, da sagt Dr. Kroll aber was anderes. Er hat Herrn Sommer einen Hysteriker genannt, der immer und überall Unrat wittert. Für mich war Herr Sommer ein idealer Chef. Also genau das Gegenteil von dem, was Dr. Kroll sagt. Was hältst du davon? Aha. Da hat jemand die Schublade gewaltsam geöffnet. Kann das Herr Sommer gewesen sein? Nein, das wüsste ich. Dann können wir unseren Bericht abschreiben. Nach dem hat vor uns schon jemand gesucht und gefunden. Ich hätte nie geglaubt, dass Sie den Mut haben, herzukommen. Was wünschen Sie? Die Belegschaft und die Firmenleitung haben mich gebeten, Ihnen, Ihr aufrichtiges Beileid auszusprechen. Schließt das Dr. Jordan und Sie ein? Sie wissen sehr gut, dass Ihr Mann und ich ein enges, freundschaftliches Verhältnis zueinander gehabt haben. Ich weiß nur, dass sich mein Mann in letzter Zeit von Ihnen bedroht fühlte. Ich wüsste nicht, warum. Grund dazu hat er nicht gehabt. Niemand hat ihn bedroht. Im Gegenteil, ich habe ihn immer als einen wertvollen Mitarbeiter geschätzt. Aber sein Tod kam Ihnen gelegen. Die Firmenleitung und der Aufsichtsrat haben für morgen früh eine Feier anberaumt, um Abschied von Ihrem Mann zu nehmen. Es wäre schön, wenn Sie daran teilnehmen könnten. Ist es Ihr Wunsch? Der Wunsch des Betriebs- und Aufsichtsrats. Das ist sie. Ja, sieht nett aus. Wie viele Kilometer kann man eigentlich mit sowas fliegen? Ich meine, ohne aufzutanken. Also, 1200 bis 1500 Meilen ungefähr. Ist die Maschine eigentlich oft in der Luft? Drei, vier Mal im Monat. Das ist nicht viel, aber die Firma zahlt es und man kann ja alles abschreiben. Wohin sind eigentlich die letzten Reisen gegangen? In den Nahen Osten. Vor acht Tagen nach Bagdad. Ein Krankentransport. Was? Ja, der Tower hat die Maschine zum Exit D geschickt und da hat ein Krankenwagen gewartet. Na Sie, steht da auch, was das für ein Krankenwagen war? Ich meine, vom Roten Kreuz oder Malteser Hilfsdienst oder Feuerwehr. Nö, das ist nicht festgehalten. Können Sie mir den Namen von dem Piloten sagen? Weigert. Gerd Weigert. Was ist denn passiert? Woher hörst du das? Mit der Post bekommen. Anonym. Das hab ich dir doch zu verleihen. Du sitzt auf meinem Sessel. Du weißt, dass ich das nicht mag. Du hast doch diese Scheißfotos machen lassen! Ja. Um Sommer zur Vernunft zu bringen. Mir wurde zugetragen, dass er eine Geliebte hat, dass es sich dabei um deine Frau handelt. Das wird dir noch leid tun. Bist dich mit Sommer in diese Schlampe, die erschlag ich. Na fabelhaft. Das ist genau das, was wir jetzt gebrauchen können. Du reagierst exakt, wie Sommer beabsichtigt hat. Der Scheißkerl ist tot. Ja, aber vorher hat er dir das Foto geschickt. Ach, Quatsch! Na, wer denn sonst? Ich habe ihm alle Abzüge gegeben. Warum sollte er das denn machen? Damit du ausflippst und eine Dummheit machst. Das hätte doch gut in sein Konzept gepasst. Aber jetzt kann das fatal für dich werden. Lass die Hände von deiner Frau, sonst hat die Polizei noch ein Motiv für den Mord. An Sommer. Ich habe ein Alibi. Ich war mit dir zusammen, das haben wir beide ausgesagt. Na, hoffentlich glauben die uns. Was für ein Spiel spielst du eigentlich? Gar keins. Will nur nicht, dass die Polizei noch mehr Verdacht schöpft. Wir brauchen Ruhe. Was erwartest du von mir? Meine Frau betrügt mich und ich soll einfach zur Tagesordnung übergehen? Du, wir stecken tief genug in Schwierigkeiten. Reimann reicht mir. Spiel du nicht noch verrückt? Richard, vergiss das bisschen Rammeln. Kapitän Weigerts? Ja, bitte? Freier Kriminalpolizei, mein Kollege Kirchhoff. Behalten Sie einen neuen Flug vor? Ja, nach Tripolis. In einer halben Stunde bin ich weg. Oh, wir haben ja noch mal Glück gehabt. Wieso? Was ist los? Bin ich zu schnell geflogen? Nein, nein, es geht um Ihren Flug nach Bagdad vor acht Tagen. Wissen Sie, ich habe wenig Zeit. Herr Dugner, Sie begleiten. Ach, von mir aus, wenn Sie mitfliegen wollen. Grüß dich. Du, fang schon mal an. Herr Weigert, Sie hatten einen Krankenhund. Es sah böse aus. Ich hoffe, er ist durchgekommen. Nein, er ist tot. Ach was. Armer Kerl. Lesen Sie keine Zeitung? Ich war vier Tage auf Kurzurlaub zum Fischen in Schottland. Wieso sah der böse aus? Was hatte der für Verletzungen? Verbrennung. Ich glaube, ein Dampfrohr war geplatzt, der genau über ihm. Der Strahl hat ihn voll erwischt. Das ganze Gesicht war verbunden. Man hat uns gesagt, ein Krankenwagen hat hier auf ihn gewartet. War der von der Feuerwehr? Roten Kreuz oder vom Malteser Hilfsdienst? Nee, soweit ich mich erinnere, war das einer von uns. Was heißt von uns? Von unserer Firma. Frau, hast du die ganze Nacht gewartet? Entschuldige. Ich wollte mal los, aber Karin wollte mich nicht gehen. Setz dich. Was? Ich sagte, du sollst dich setzen. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte. Sommer ist tot. Was? Das ist die gute. Tod? Ja. Tod. So tot, wie man nur sein kann. Ein Auto hat ihn zerquetscht. Du bist entsetzlich. Findest du? Das kommt darauf an, wie man zusammen gestanden hat. Was meinst du damit? Genau das, was ich sage. Und damit sind wir schon bei der zweiten Nachricht. Der schlechten. Sieh nach, was drin ist. Richard, das tut mir leid. Ich wollte es nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Natürlich nicht. Sommer hatte ich gezwungen, sieht man ja ganz deutlich auf dem Bild. Ich hatte was getrunken. Es hat mir auch leid getan. Gleich danach. Richard, du musst mir glauben. Halt die Mund. Warum, Kitty? Warum? Du hast ein schönes Leben gehabt. Jeden Wunsch habe ich dir erfüllt. Deine einzige Sorge war, wie du den Tag rumkriegst. Und was machst du? Du betrügst mich mit deinem Mann aus meiner Firma. Das kann man doch nicht einfach hinnehmen. So ein Miststück darf man doch nicht einfach davon kommen lassen. Verpackst du seine Sachen und verschwindest. Du gehst, wie du gekommen bist. Wovon du lebst, ist mir scheißegal. Hier hast du jemanden dumm gefunden, der für dich gezahlt hat. Du wirst doch wieder einen Idioten aufreißen, der so blöd ist wie ich. Wenn du jetzt machst, dass du so ein Zimmer kommst, kann ich nicht mehr tragen. Richard, hast du? Hau ab! Man begegnet nicht oft einem so außergewöhnlichen Menschen, wie Peter Sommer es war. Geschätzt von seinen Kollegen, beliebt bei der Belegschaft. Er war ein guter Mann, ein fairer Mann, ein Mann der leisen Töne, der lieber überzeugte, als anzuordnen. Umso größer ist unser Entsetzen, dass gerade Peter Sommer einem so brutalen Verbrechen zum Opfer fiel. Wer konnte so etwas tun? Wer ist der Mörder, der glaubt, mit so einer Last weiterleben zu können? Hier. Hier sind die Mörder. Sie und Dr. Jordan haben mein Mann zum Schweigen gebracht. Aus Angst vor einem Skandal. Auch das wird der Täter zu verantworten haben, liebe Kollegen. Wie eine derart feige Tat und der Verlust des geliebten Mannes eine Frau so verwirrt, dass sie keine Relation zur Wirklichkeit finden kann. Wie oft wollen Sie mich noch belästigen? Ich habe Ihnen alles gesagt. Bis jetzt haben Sie uns nur belogen. Wer ist das? Kenn ich nicht. Das ist Patrick O'Connor. Er war Ihr Patient. Dann wissen Sie mehr als ich. Patrick O'Connor kam vor acht Tagen mit dem Steinhausen-Jet aus Bagdad. Mit tödlichen Kampfstopp-Verletzungen. Ein Krankenwagen der Firma hat dann auf ihn gewartet und ihn sofort in ihre Klinik gebracht. Was sagen Sie dazu? Nichts ohne meinen Anwalt. Dann bringen Sie Ihren Anwalt dann mit zu uns ins Büro, wenn Sie mehr Zeit haben. Dr. Heimann auf eins. Haben Sie gesagt, dass ich da bin? Ich dachte, es war wichtig. Ja, aber es gibt's. Das werden Sie nicht tun. Sie begeben sich sofort an unseren Treffpunkt. Beruhigen Sie sich. machen Sie keinen Unsinn. Nur keine Panik. Ich komme. Du, es tut mir leid. Ich muss weg. Ich will dich gar nicht aufhalten. Kannst du mir mal die Irak-Akte geben? Die ist nicht hier. Aber du hast sie doch heute Morgen geholt. Und nach Hause bringen lassen, um in Ruhe noch mal alles durchzusehen. Ich will sicher sein, dass alles raus ist, was auch nur annähernd gefährlich werden könnte. Für wen gefährlich? Für die Firma. Und für dich und mich. Genau das hält er dich auch vor. Passt du lieber auf deine Frau auf. Du weißt, wozu Weiber fähig sind. Das lässt meine Sorge sein. Nimm es ernst. Mir geht die Sommer schon auf die Nerven. Warum verklagen wir die eigentlich nicht? Doch nicht jetzt. Später vielleicht. Bis dahin schieben wir alle Anschuldigungen ihrem Schmerz zu. Ich muss los. Reimann spielt verrückt. Sie wollen mir doch wohl nicht einreden, dass Ihr Verhalten das eines ehrenwerten Arztes war. Ich habe nur das getan, was man mir gesagt hat. Den Spruch kennen wir doch seit 1945. Was soll der Unsinn? Ich bin zu Ihnen gekommen. Ich musste O'Connor aufnehmen. Mir blieb gar keine andere Wahl. Die hätten mich doch gefeuert als Chefarzt. Sofort. Dr. Croll und Dr. Jordan. Mehr Dr. Jordan. Der geht über Leichen. Woher kam dieser O'Connor? Aus dem Irak. Er hatte sich dort die Kampfstoffverletzungen zugezogen. Wo genau im Irak? In einer Fabrik von Steinhausen. Packen Sie aus, Dr. Reimann. Sagen Sie, was Sie wissen. Sie wollten uns sprechen. Wir hören. Es ist mir nicht leicht gefallen, hierher zu kommen. Ich habe lange mit mir gerungen, aber es gibt keinen anderen Weg, um den Schaden für die Firma so gering wie möglich zu halten. Ich muss... Ich muss meinen Mitarbeiter, Herrn Dr. Jordan, anzeigen. Hier. Was ist das? Aus dieser Akte geht hervor, dass Dr. Jordan hinter dem Rücken des Aufsichtsrates und ohne mein Wissen im Irak eine Fabrik zur Herstellung von Kampfstoffen errichtet hat. So ein mieser Intrigant. Der lügt. Kroll will sich auf diese Weise reinwaschen. Seine Aussage ist eine einzige Manipulation. Seine Aussage wird aber durch die Irak-Akte bestätigt. Weil er sie gesäubert hat. Kroll ist in Panik. Er will seine Haut retten und lässt mich dabei über die Klinge springen. Sie waren noch sein engster Mitarbeiter. Waren Sie nicht sogar mit ihm befreundet? Das ist ihm doch egal. Er opfert den Bauern, um den König zu retten. Jetzt ist ihm jedes Mittel recht. Er hat sogar Fotos von Sommer und meiner Frau im Bett machen lassen. Um Sommer zu erpressen. Das wollten Sie doch auch. Das wollte ich nicht. Hier ist die Kopie der Aktennotiz, die Herr Teupen unbedingt für Sie machen sollte. Das habe ich so nicht von ihm verlangt. Doch. Genau so. Damit hätten Sie Sommer doch sehr gut erpressen können. Ich sage dazu gar nichts. Danke, Sie können gehen. Ich gebe zu, ich war in dem Bau der Fabrik im Irak beteiligt. Aber das Sagen hatte Kroll. Genau das bestreitet er. Ich kann das beweisen. Mit dem Bericht von Sommer. Den Sie aus seinem Schreibtisch gestohlen haben. Gut, dass ich ihn nicht vernichtet habe, wie Kroll wollte. Aus dem Bericht geht nämlich eindeutig hervor, wie es wirklich war. Dass Kroll die alleinige Verantwortung hatte. Na schön. Zeigen Sie ihm den Kollegen, die dafür zuständig sind. Wir ermitteln in der Mordsache, Sommer. Fietje, bring den Herrn bitte mal zum Kollegen Baumann. Wer weiß dann schon Bescheid. Wann haben Sie denn das mit den Fotos erfahren? Gestern. Ich habe eins mit der Post bekommen. Anonym. Danke. Hallo, was finde ich denn hier? Du, wann wird denn bei dir die Post ausgetragen? Dämmliche Frage. Vormittags. Wohl bestimmt nicht vor elf, warum? Hier. Datum. Komm, zieh deine Jacke an. Wir haben ab. Ja, dann mach schon. Kommen wir schon. Fragen Sie das dienstlich oder privat? Frau Jordan, Herr Sommer ist tot, ermordet und wir müssen dieses Verbrechen aufklären. Also, worüber haben Sie sich unterhalten? Herr Gott, was man im Bett so redet, das muss ich Ihnen noch nicht erklären. Hat er jemals gesagt, dass er sich bedroht fühlt? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Er hat über seine Ehe gesprochen und darüber, dass er sich nun wirklich scheiden lassen will. Und, war das sein Ernst? Natürlich war das sein Ernst. Er hat jede Stunde gezählt, die er noch mit dieser Frau zusammen sein musste. Ist seine Frau dann wirklich so schlimm? Schlimm ist gar kein Ausdruck. Er hat dem armen Peter das Leben zur Hölle gemacht. Kalle? Ja, ich bin's. Pass auf, Baum hat er den mir angerufen. Er hat Kroll verhaftet. Ja, die beiden sind oben im Verhör. Jordan und Kroll schlagen wie verrückt aufeinander ein. Ich dachte, das interessiert euch. Ja, das ist gut. Danke, Ende. Kroll haben Sie festgenommen. Frag dich nur, wie lange. Morgen sitzt er wieder an seinem Schreibtisch und brütet neue Schweinereien aus. Ja? Sie hätten sich anmelden sollen. Ich bin gerade im Begriff wegzugehen. Können wir trotzdem raufkommen? Das ist wichtig. Kommen Sie rauf. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Heute nicht. Vielen Dank. Wir sind hergekommen, weil wir noch einige Ergänzungen zu Ihrer Aussage benötigen. Ich dachte, das wäre alles erledigt. Ja, das ist es auch nur. Ihr Mann hat morgens um halb acht das Haus verlassen, sagten Sie. Ja, und war bis spät in der Nacht in der Firma. Was ist darin so schwer zu verstehen? Wir verstehen durchaus. Wir möchten aber noch einmal ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie Ihren Mann an diesem Tag um 7.30 Uhr zuletzt gesehen haben. Wie oft wollen Sie mich das noch fragen? Könnte es nicht sein, dass Ihr Mann an diesem Tag noch einmal zurückgekommen ist? Nein, es könnte nicht sein. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Außerdem hat er mir am Telefon gesagt, dass er vor lauter Arbeit nicht mal zum Essen kommt. Ja, dann begreife ich nicht, wie er zu diesem Brief hier gekommen ist. Ihn haben wir nämlich in seinem Büro gefunden, obwohl hier seine Privatadresse draufsteht. Wieso? Was ist daran so besonders? Er hat ihn mitgenommen. Dem Stempel nach kann dieser Brief frühestens an dem Tag angekommen sein, an dem Ihr Mann ermordet worden ist. Da die Post bei Ihnen gewöhnlich im Laufe des späten Vormittags ausgeliefert wird, muss Ihr Mann also an diesem Tag noch einmal zu Hause gewesen sein. Dr. Jordan hat auch Post bekommen. Mit einem kompromittierenden Foto seiner Frau. Hier, anonym. Der Brief ist im Postamt 762 aufgegeben. Was haben Sie hier für ein Postamt? Postamt 762, ne? Dr. Kroll hat die Fotos Ihrem Mann gegeben, an dem Tag, an dem er ermordet wurde. Wer also könnte eines dieser Bilder Dr. Jordan geschickt haben? Ihr Mann war es bestimmt nicht. Sie haben sofort die Gelegenheit benutzt, um den Verdacht auf Kroll und Jordan zu lenken. War ja auch günstig, bot sich direkt an. Ihr Auftritt bei der Trauerfeier für Ihren Mann hat unseren Kollegen misstrauisch gemacht. Sie waren zu laut, um echt zu sein. Haben Sie uns dazu nichts zu sagen, Frau Sommer? Auf der linken vorderen Fußmatte, unter dem Lenkrad des Tatwagens, haben wir Spuren von frischem Teer entdeckt. Zeigen Sie uns doch bitte mal Ihren Schuhschrank, ja? Ja. Seit wann haben Sie den Tod Ihres Mannes geplant? Ich habe nichts geplant. Er ist morgens weggegangen, um halb acht. Wie immer. Aber schon nach drei Stunden war er wieder da. Er war wütend auf Kroll. Nicht auf mich. Plötzlich sagte er, er würde ins Hotel ziehen, bis ich hier verschwunden sei. Aber scheißegal, was es kostet. Hauptsache, ich kann endlich wieder frei durchatmen. Du behandelst mich wieder. Ich? Ich bin froh, dass ich endlich den Mut habe, Schluss zu machen. Weiter, weiter, weiter! Ich bin im Spaß am Leben verdorben. Es ist nur noch Langeweile hier. Langeweile, stinkige, miefige Langeweile. War es selbst mit Kitty Jordan, von der du immer gesagt hast, dass sie blöd ist. War es lustiger. Guck dir das an. Tschüss. Noch nie in meinem Leben bin ich so beleidigt worden. Der Gedanke war da. Ich rief ihn unter einem Vorwand an und wartete. Er kann. Ich habe meinen Mann umgebracht, ja. Ich habe ihn getötet. Und ich würde es wieder tun. Ich habe ihn unter und auch in meinem Leben kann. Untertitelung des ZDF, 2020